Oh Gott, ist das widerlich. Wir sind schon wieder geblindet, geoutet, gesleept, alles. Das ist unglaublich hier. Hoffentlich geht er sleep bald weg. Boah! Das ist krank hier, er ist echt krank. Also die Boss-Fights, muss ich schon sagen, die haben sie nicht so ganz einfach gemacht. Ist schon ein bisschen fies hier. Und vor allem, ich muss hier echt immer hin und her jonglieren, zwischen heilen und wieder Damage ziehen. Wenn du zu wenig Damage ziehst, dann zieht sich der Kampf ewig hin. Und irgendwann gehen dir die fucking Tränke aus, ne? Das ist bitter. Oh no. Alter, was? Ich komm nicht in der Herbung heim. Das hat so viel Schaden. Das gibt's nicht. Boah! Ich glaub, das schaff ich nicht. Und vor allem, der schläft immer noch. Können wir den nicht irgendwie aufwecken? Wir verrecken. Elendig. Jetzt weiß ich aber zumindest, dass wir diesen ekelhaften Kult-Member da wegkriegen müssen. Okay, drei Tote. Das ist natürlich spitzenmäßig. Das schaff ich nicht. Leck mich am Arsch. Wie gut, dass wir gerade noch gespeichert haben. Was für ein verfluchter Scheißkampf. Das ist ja richtig fiese. Okay, ich weiß jetzt aber, dass wir... Oh no. Jetzt müssen wir wieder die ganze Scheiße machen. Ich weiß jetzt zumindest, dass wir uns die Ultis aufheben und wir zuerst auf den rechten Kult-Member-Scheiß-Penner da gehen. Der macht so viel Schaden mit seinen 600. Das ist unfassbar. Das ist unfassbar. Das hätte ich nicht mitgerechnet. Dass vielleicht Adrian mal so viel Damage zieht. Okay, aber... Warum... Warum der Kult-Member-Fritzer? Das war schon gemein. So, ihr Gift-Mongos wieder ist. Komm. Wurzel weg. Und jetzt können wir nichts mehr machen. Jetzt auch für das kleine Stückchen machen wir den Pilz weg. So, Regen brauchen wir nicht wirklich. Wir curen einfach mal. Gucken wir mal, ob ich die nächsten Gegner vielleicht umgehen kann, bevor wir da... Bevor wir da wiederkämpfen müssen. Mal schauen. So. Poison. Natürlich. Natürlich. Komm. Regen einfach mal. Einfach mal was können. Jetzt haben wir natürlich wieder die EPs verloren, die wir vorher alle hatten. Das ist natürlich eigentlich. Ich dachte, jetzt können wir vielleicht mal da... vielleicht mal da Ammo-Ding reinhauen bei der IV, aber das können wir doch nicht. Ähm. So. Ich guck, dass ich die Leben immer so schön wie möglich voll halte, weil... Das war immer beim nächsten Kampf. Achso, so gut. Oh. Ach, guck mal, wir sind verreckt und trotzdem haben... Hä? Wir haben ein Level-Up. Warte mal. Ne. Falsch. Ähm. Wieder... Ich drücke jedes Mal die... Jedes Mal die falsche Tastatur. Jedes Mal. So, pass auf. Dann können wir doch jetzt rein theoretisch. Talente. Ja klar. Geil. Perk. Ammo-Master. Fett. Einen weiteren Perk haben wir nicht mehr, deswegen... Du kriegst mal noch... Du kriegst mal noch mehr Damage, würde ich sagen. So, Gnath hat auch wieder ein bisschen, da können wir dann hier ein Skill, könnten wir... Oh, guck mal, was ist das denn hier? Magic Focus. Applies Magic Focus to the Party. Focus, Status Effect, Ammo-Move. Gnath. Mhm. Smoke Screen applies Confused. Oh, er bleibt... Oh. Targeted Text in... Oh, das ist gut. Das lernen wir. Perk haben wir keine mehr, das heißt, du kriegst noch... Du kriegst noch ein bisschen, äh... Das hat mehr Ausheil, ein bisschen Resilience. So, bei ihm haben wir wieder mal Perk haben wir nicht. Können wir nicht. Und dann gehen wir hier auch auf mehr Damage. Und... Mh... Da brauchen wir dann Evasion und Speed vielleicht. Ja, komm, Evasion und Speed, dass wir vielleicht etwas drankommen. So, wir können noch mal hier... Mehr Ausheil, vielleicht noch... Ja, komm, mehr Magic Defense. Und die liebe Taika... Perk haben wir nicht, das heißt, hier wieder ein bisschen Dingens. Might, Magic... M-m-m-m-magic... Da machen wir auch auf Magic, komm. So. Das wäre das. Jetzt tue ich aber gar nicht mal speichern. Bevor wir zu diesem... Kackbratzen da wieder runtergehen. Oh, no. Mh... Ja. Dann, äh... Erstmal gibt's wieder ein Pilzigen, ne? Habt ihr gesehen, sie hat schon mehr... Sie hat schon mehr Faden gezogen, weil... Hammer Master. Das bringt schon ein bisschen was. Da kann man schon... Kann man schon nicht meckern. 25 Prozent sind 25 Prozent. Ist nicht zu verachten, Freunde. Annoying fucking Mushrooms. Hier, komm, frisst das. Dreckspilze. Ne, wollte ich nicht. Vielleicht kriegen wir auch die... Äh... Die Super-Dinge jetzt wieder voll. Bis zum nächsten... Ähm... Bis zum... Bis zum... Hauptkampf wieder. Beziehungsweise zumindest kriegen wir's im Hauptkampf dann ziemlich schnell voll. Das ist gar nicht immer so schlecht. So, wir können noch mal kurz Regen rausballern. Weil wir haben ja noch ein paar Pünktchen übrig, ne? Und dann hau ich mal wieder das falsche Ding rein, natürlich. Reicht das? Ja, es reicht geil. Sehr schön. So, da sind... Da sind wir auch schon, glaube ich. Ja, leck mich doch. So, okay. Dann nochmal die hier. Das sind ja zum Glück nur zwei. Ich finde ja, der... Der... Ähm... Der müsste ein bisschen mehr heilen können. Wobei, gut, ich weiß, das ist ein Regen. Das gilt auch nächste Runde dann wieder, aber... Ich finde, der müsste ein bisschen mehr heilen können. Weil so macht's nämlich meistens mehr Sinn, irgendwie mir ein Ding ins reinzuballern und dran. Ja, fuck, wie denn der Falsche ist es? So macht's meistens mehr Sinn, mir einen Trank reinzuballern. Äh, anstatt eben... Anstatt zu heilen. Das ist meistens so ein bisschen komisch. Das war das. Ciao, Freunde. Ah, was ist das denn hier? Da geht's auch noch runter. Warum... Warum geht's auch noch runter? Haben wir da schon? Kann nicht sein, oder? Das kann fast nicht sein, dass wir da schon waren. Ja, ciao, komm. Ich hook trotzdem mal geschwind. Ach so, na klar, hier. Ach so, hier sind wir jetzt erst. Ach so, okay. Aber habe ich nicht gerade auf der anderen Seite schon die Dingens rumzappeln sehen? Oder war das nur ihr Freaks wieder? Fünf Stück. Ach, diese annoying Mobs hier. So, Superblazer. Das werden wir jetzt natürlich nicht behalten. Ihr wisst ja. Das tun wir... Das tue ich mir nicht nochmal an. Das nächste Mal will ich ja schön... ... einen gepflegten Superblaster reinballern in die Arschgesichter da. Der verreckt nicht. Das gibt's doch nicht. Naja, glänzt. Wenigstens ist er tot. Und das reicht jetzt auch für den zweiten hier. Bam! So, auf Wiedersehen. Und gute Nacht. Und dann nehmen wir die zwei auch noch mit. Dann gucke ich doch nochmal kurz zu dem Typen hinter. Das muss ja irgendwie fertig zu kriegen sein. Das muss ja irgendwie... Oder können wir das als... Ne, können wir auch nicht. Utility, feign, death. Natürlich nicht, ne? Ich weiß nicht. Keine Ahnung, ich weiß nicht. Irgendwie... Ich meine, wir müssen die wahrscheinlich nur töten. Schätze ich jetzt einfach mal. Ich weiß es nicht. Es ist ein Mysterium. Ich hab keinen Plan. Aber... Natürlich wird geglänzt. Und ich muss mich mal kurz anders hinsetzen. Sorry. So. Ihr seht schon wieder ein Weilchen her. Ein Weilchen ist gut. So. Shellfire. Halt die Schnauze. Und leg dich brav hin. Immer noch nicht. 335. 335. Wow. Kann sich sehen lassen. So. Hätte ich nicht machen müssen. Da war noch ein Regen drauf. Aber hey. Egal. Auf Wiedersehen. Tschüss. So. Da oben. Ich weiß nicht, ob da auch noch welche waren. Ist mir jetzt aber egal. Erstmal kurz zum Typen zurück. Da muss er machbar sein, oder? Muss er irgendwie... Ja. Na, wir speichern nochmal. Das kann nicht sein, dass wir noch keine 25 gekillt haben. Vielleicht müssen wir wirklich 25 unterschiedliche killen. Ich war... Pff. Schweiß es nicht. Wir gucken uns das mal an. Aber jetzt müssen wir erstmal kurz hier nach... Nach Aderine vor allem. Nach Aderine. Und die Olle platt hauen. Diesmal können wir auch einen schönen Supermage raushauen für mehr... Für mehr Heal. So. Das lesen wir jetzt natürlich nicht wieder alles. Das brauchen wir nicht. Die blauhaarige, miesgelaunte Aderine. Ja. Grr. Blabla. Blablabla. Blabla. Und wir wissen, wen wir platt machen müssen. Dringend. Den 600 Damage, Mann. Den ekelhaften Drecksack. So. Wir können reinhangen. Theoretisch können wir den Silenzen da hinten. Das geht. Okay. Der kriegt natürlich wieder sein Silent Blade rausgeballert. Das ist natürlich... What? Der hat auch so viel raus. Super Blaster. Drei. So. Burning. Wenigstens den hat es ordentlich was geballert. Warum kann ich keine Electro Lance? Weil wir irgendwie so gediebuffed wurden wieder. Deswegen hauen wir aber erstmal. Wobei, nee, machen wir nicht. Wir müssen den... Wir müssen den... Den Kultfritzen da platt machen. Ganz dringend. Ja. Erste... Kannst du ruhig mal machen. Silent Blade. Das ist das, was so viel Schaden zieht. So. Gleich haben wir die Drecksame. Ich benutze den Mage mal noch nicht, ne? Den Super Mage. Ich lass mal noch. Wir warten mal noch. So. Fire Blast S. Wir können jetzt aber noch den... Den Water Blast. Oder den normalen. Komm, wir nehmen den normalen. Schade. Der linke stirbt nicht. Und warum hat Adrien nichts abgekommen? Oh, jetzt stirbt er doch. Lustig. Das ist lustig. So, Adrien. Jetzt... Gib it... Auf die Mütze. 408. Ouch. Das hat weh. Super Mage. Jetzt, äh... Darfst du gerne mal ran. Ah, die Adrien wieder mit ihren Attacken. Ah, die ist so widerlich. Das ist unglaublich. Und die hat so viel Leben. Das ist unfassbar. Die hat so... Oh, wow. Ein Crit. Fuckin' her. Fuckin' her. Naja, Single Out mal wieder. So, können wir mit ihm auch einfach eine Pause machen und den aufheben, den Mage? Ich weiß es nicht. Ich hoffe, der ist jetzt nicht weg. Okay, das hat fast keinen Schaden gemacht. Bah. Da haben wir wieder den... Ah, okay. Funktioniert. Guck mal. Jetzt können wir nämlich schön wieder heilen. Weil jetzt nützt es was. Und bam. Alle wieder voll. Geil. Ah, fuck you. Wir resten mal kurz eine Runde. Ich brauche... Ich will wieder die fette Attacke herausballern. Blundet by the light. Du, 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 du. Wir resten wieder. Miss, no, damn. So, genau. Den wollte ich reinzimmern. Das ist nämlich das, was am meisten Schaden macht. Ja, und ich rede gerade neben dem Mikro. Sorry. So, Super Scout könnten wir mit der immer noch machen. Aber wir heben uns natürlich den Super Mage auf. Falls wir den nochmal machen können überhaupt, weiß ich nicht. Aber anscheinend ja schon. Aber diesmal kriegen wir die auf jeden Fall deutlich einfacher platt. Hier können wir nochmal resten. Easy. Und dann hauen wir den Super Mage nächste Runde raus vielleicht. Wenn sie wieder ihren Tremor-Dinger da macht. Ach, fuck. Der Mr. Blinded by the light, der trifft natürlich wieder nix. Hallo? Was war das denn? Ein Double Shot? Warum das denn? War das ein Bug? War das ein Bug oder? Ist die voll geil jetzt? War das ein Bug? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. So, wir können jetzt. Können wir auch kommen. Haben wir alle wieder voll. Shay. Shay, Shay, Shay. Ich würde gerne Drowning noch drauf. Kriegen. Ah, fuck. Jetzt kriegen wir den Jammer wieder rein. Du Sau. Und den Super Predator. Das ist nochmal nice. So, jetzt kriegst du nämlich richtig fett in die Fresse. Bitte was? 400. Das macht ja gar nicht mehr Schaden als bisher. Das ist ja lächerlich. Was ist das für eine Verarsche? Voll die Verarsche. Okay, dann nehmen wir den Super Blaster natürlich wieder. Und zwar den... So, Feuer. 200? What the fuck? Das ist ja lächerlich. Das macht genauso viel Schaden wie... Die normale Attacke. Das ist doch... Was ist das? Das war ein Witz. 4,408. Das war dann 40 weniger. Naja, das muss man nicht verstehen, glaube ich. Das muss man nicht verstehen. Auf jeden Fall haben wir sie... Naja. Auf jeden Fall haben wir sie gleich platt. Jetzt heilen wir mal ihn mal ganz kurz noch. Blundet by the Shard. Sie wird ein bisschen aggro gerade. Macht sie ein bisschen mehr Schaden gerade? Ich weiß nicht. Oder kommen wir das nur sofort? Naja, aber gleich haben wir was. Jaja, Single-Aute, wen du willst. Das nützt jetzt auch nichts mehr, du. Ekelhaftes Stück. Das war's nämlich mit dir. Ja, genau. Hast du das gehört? Das übererhebliche Entlachen? Hast du das gehört? Oh, guck mal. Hier, die Healing-Elexion. Nice. Und Taika hat ein Level-Up. Das heißt, Taika hat über 2000 Leben jetzt. Das kann sich sehen lassen. Natürlich, sie steht wieder. Das ist doch nicht vorbei. Wo ist mein Onkel? Ja, klar. Rauch, holt gern weg. Ja, der wird, wie sie redet. Der ist auf jeden Fall noch am Leben arm. Und wir werden ihn finden. Wir werden ihn finden. Ich hab so ein Gefühl, dass wir Aderin wiedersehen werden. Ja, wer hätt's gedacht. Nächstes Mal mach ich sie platt. Diese Ekelhafte. Okay, wir müssen da wieder diese blöden Geister besiegen. Da ist aber eine Kiste. Könnte sich lohnen. Das heißt, wir machen mal kurz Items. Hallo? V? Achso, ja. Ich sollte auch natürlich die richtige Taste drücken. Dann funktioniert das. So, schön viel Live-Netz. Das ist geil. So, die nehmen wir. Mit denen nehmen wir es auf alle. Mit denen, ja. Gutes Deutsch. Mit denen nehmen wir es komplett auf. Egal. So. Spotlast. Matthias. Heißt der? Hieß der Matthias? War das gerade ein Name-Tag? War das als Name-Tag gedacht? Und davon 25 Stück. Aber die hießen doch alle gar nicht, Matthias. Die hießen irgendwie. Willst du mich verarschen? Das kann ja fast nicht sein, ne? So, wir sind. Little Norwegians. Erik Evilsizer. Oder Evil Scissor. Willst du mich verarschen? Jetzt mal ein Ernstes. Die haben doch vorher nicht geheißen. Oder doch? Oh Gott, ich kriege die Krise. Und davon 25 Stück noch finden. Ich hab da jetzt Probleme sicher, weil da auch nicht drauf geachtet, ne?